Einen wunderschönen guten Dienstagmorgen, ihr lieben Leute und Freunde der Wahrheit. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Kommentare zur Politik eurer, soweit wie möglich ist, objektiven Nachrichten-Sendung, die täglich Nachrichten liefert. Und ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Start in die neue Woche, ihr intelligenten und schönen und netten und tollen Leute da draußen. Heute geht es mal nach all diesen negativen und schwierigen Themen der letzten Tage und Wochen, Dritter Weltkrieg, Flugzeugabsturz, geht es mal um ein positives Thema und zwar können wir etwas lernen. Ich hoffe, dass mein Mikrofon mich nicht verlässt währenddessen, aber es wird schon klappen, das kriegen wir hin. Und zwar wollen wir uns heute mal eine Sache anschauen, die ich in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr erlebt habe und sehr positiv schätzen gelernt habe. Und zwar die Bekanntschaft mit Russlandsdeutschen. Kurz zu der Geschichte, ich habe viel Bekanntschaft, ich bin in einer Kirche auch und da war eine Kirche, also in einer Gemeinde, wo es extrem viele Russlandsdeutsche gab und ich bin wirklich positiv überrascht gewesen und habe so viel mitgenommen. Es war so eine schöne Zeit und ich möchte euch da ein bisschen teilhaben lassen. Und wir wollen einfach mal uns mit dem Thema beschäftigen, was anders ist und was wir als nicht original Russlandsdeutsche, wobei da gibt es sicher auch viele unter den Zuhörern, lernen können von den Russlandsdeutschen. Andersrum geht es auch, aber diesmal geht es um dieses Thema. Ganz kurz die Historie der Russlandsdeutschen für alle, die es nicht wissen. Ich weiß, viele wissen es und werden mich jetzt korrigieren, hoffentlich, was ich vergessen habe. Ganz kurz, es hat begonnen unter Katharina der Großen im 18. Jahrhundert eine deutsche Kaiserin oder Verheiratete vom Kaiser in Russland. Und die hat wegen ihrem Fleiß ganz viele Deutsche nach Russland an die Volga beordert. Und dort wurde ihnen viel versprochen, viel Geld und so weiter, Landereien und Geld, weiß ich nicht. Und da haben sich ganz viele angesiedelt und haben dann dort fleißig aufgebaut. Und das war dann zum Positiven von allen. Alle haben profitiert. Aber nach den Ein-Zwei-Weltkriegen sah es dann anders aus. Da waren die Deutschen und die Russlandsdeutschen sehr verhasst und wurden dort sehr misshandelt. Und viele wurden nach Sibiren geschickt und so weiter und enteignet extrem. Und dann war es so, dass in den 90er Jahren, als sie dann festgestellt haben nach dem Fall der Mauer und dem Eisernen Vorhang, dass sie trotzdem immer noch nicht ihre Enteignungen zurückbekommen, dann haben sich sehr, sehr, sehr viele entschlossen, übrigens auch aus anderen Gebieten wie Rumänien, nach Deutschland zu kommen. Und das ging dann auch wegen dem, eben von der Abstimmung her war das möglich. Damals konnte man noch nicht einfach über die Grenze gehen und war dann da drin, sondern man musste belegen, dass man Russlandsdeutscher ist. Und da sind ganz viele gekommen. Ich kenne die Zahlen nicht, aber ich würde einfach mal sagen 50.000 bis 100.000. Genau. Und ich muss nur sagen, ich würde sagen, wir haben einen wirklich großen Segen da bekommen von diesen Russlandsdeutschen. Und es ist wirklich schön, wenn man sieht, was für Unterschiede es gibt. Und allgemein kann man natürlich sagen, das ist auch ähnlich so, ich war schon in Mennonitischen, in Südamerika-Gebieten, dass die dort einfach so vom Typ her eher so sind wie die Deutschen vor 100 oder 200 Jahren. Und das ist aber in vielen Dingen einfach positiv und das werden wir heute mal zusammen anschauen. Ein Russlandsdeutscher ist natürlich nicht ganz so weit zurück. Fünf Punkte, wo ich denke, was die Russlandsdeutschen besser machen, wo wir lernen können. Erstens Familienzusammenhalt. Familienzusammenhalt ist sehr wichtig. Also ich habe Kontakt mit Russlandsdeutschen. Da ist es ganz normal, dass zum Beispiel nach einer Geburt einfach mal die Oma vorbeikommt und zwei Monate dort lebt und dann aushilft. Das spart so viel Geld und so viel Zeit. Man schätzt sich einfach gegeneinander. Man muss nicht ständig den anderen korrigieren, sich ständig zanken und fauchen, wie es leider heutzutage viele Deutsche machen. Und die Familien verstehen sich. Es sind Großfamilien. Wenn da eine Hochzeit ist, dann sind es dann keine 70 Gäste, sondern 400. Also es ist viel mehr Zusammenhalt in der Familie. Und dadurch sparen einfach alle Geld. Dadurch haben alle viel weniger Stress. Man fühlt sich sicher. Eine Geschichte gab es, wo sich ein Eingewanderter vor drei, vier Jahren hat er sich, da war eine Frau, ist aus dem Auto gegangen, kurz. Und dann hat sich ein Flüchtling eingewandert, war reingesetzt in das Auto und wollte dann zehn Euro von ihr haben, weil er, ja, einfach so. Und da hat sich die Polizei gerufen und hat gemeint, nee, da machen wir nichts. Und dann ist halt ihr Mann mit drei Freunden gekommen und die haben das Problem dann pragmatisch gelöst. Alles Russlandsdeutsche. Ja, das ist natürlich nicht unbedingt, Selbstjustiz ist nicht, was wir wollen. Also die haben ihn dann da rausgeholt und ihm eine Lektion verpasst. Aber es ist auf jeden Fall gut, so ein Familienzusammenhalt tut auf jeden Fall gut. Und das ist ja vor allem im Positiven, wenn man zusammen ein Haus baut. Das ist ganz oft bei Russlandsdeutschen, dass sie zusammen alle ein Haus bauen. Dann zahlen sie anstatt 600.000, zahlen sie 200.000. Und dann helfen da einfach vier Männer oder fünf, helfen da dann mal drei Monate mit. Und die Frauen helfen dann mit Kochen und so weiter. Einfach gut. Der zweite Punkt ist Gastfreundschaft. Das habe ich extrem erlebt. Ich wurde da jeden Tag, wenn ich im Gottesdienst war, wurde ich da eingeladen von drei, vier verschiedenen Familien zum Essen. Also ständig eingeladen. Nicht mal, muss nicht mal was zurückgeben. Gastfreundschaft ist sehr wichtig. Man hat immer Gäste zu Hause. An jedem Wochenende oder Gottesdienststag ist da jemand zu Hause. Und irgendwelche Entfernverwandten oder auch nur bekannte Gastfreundschaft. Ganz wichtig und einfach sehr, sehr schön. Das dritte ist Identität und nicht unbedingt ein Kniefall vor Ami-England. Ami-Englisch. Das ist etwas, was ich persönlich, aber müsst ihr nicht mit mir übereinstimmen. Ich finde Englisch eine tolle Sprache. Ich finde die Engländer und Amerikaner wunderbar. Aber ich finde nicht, dass sich bestimmte Länder, weder die Schweizer sich an irgendwas anpassen, noch die Österreicher, noch die Italiener, noch die Deutschen, dass wir dann unsere Kultur abgeben müssen und dann Identität aufgeben. Ich bin der Meinung, das ist für alle, die Engländer finden es peinlich, wenn die Deutschen so probieren, hier einen auf Engländer zu machen. Das ist ja, wenn wir irgendwie in ein anderes Land gehen, zum Beispiel nach Argentinien, dann wollen wir auch sehen, wie die Argentinier leben. Dann wollen wir nicht sehen, wie toll und super angepasst international sie sind und so perfekt Englisch reden. Okay, das schadet nicht. Aber wir wollen sehen, wie die Argentinier leben. Und das ist doch einfach normal. Und die Identität, und die ist bei Russlandsdeutschen noch mehr vorhanden, dass sie sich ihrer Herkunft bewusst sind und sich nicht unbedingt komplett veramerikanisieren lassen möchten. Ein nächster Punkt, der ganz wichtig ist, den auch viele Deutsche haben, aber bei vielen ist auch nicht mehr ganz so wichtig, und zwar selbst erarbeiten. Das ist auch ganz wichtig. Die Russlandsdeutschen kamen meistens hierher und hatten nichts. Und mittlerweile haben ganz viele Firmen, ganz viele Häuser und haben zu einem großen Wohlstand gebracht. Und das nicht dadurch, dass sie mit gelben Westen auf die Straße sind, aber ich will es nicht kritisieren, aber nicht, dass sie da auf die Straße sind und demonstriert haben für mehr Rechte, sondern einfach, sie haben gearbeitet und gearbeitet. Und das ist echt lernenswert. Und das Fünfte, was ich noch sagen möchte und nicht zu lange auskauen möchte, ist eine Geschlechtsidentität. Das hat natürlich jeder mehr oder weniger, aber trotzdem, vor allem, wenn wir uns die Jugend anschauen jetzt bei YouTube, wo wir jetzt gerade uns befinden, ich, ja, also nichts gegen die Jugend, aber viele Dinge, die jetzt auch zum Beispiel vom Kanal Funk verbreitet werden, ohne den zu kritisieren, wo dann die allerverschiedensten Sexualitätsformen durchgemacht, durchgekaut werden, jede Woche, jeden Tag. Und natürlich auch eine komplette Angleichung vieler Geschlechter und dass es keine Unterschiede gibt. Und sobald mal eine Frau zu Hause ist, ist das schon ganz schlimm. Ich übertreibe jetzt bewusst ein bisschen. Und es ist ja auch voll toll, wenn der Mann dann mal ein Jahr zu Hause ist. Kann auch jeder machen, ich kritisiere das nicht. Aber es gibt einfach definitiv Unterschiede, dass Männer an sich etwas technischer sind und Frauen an sich einfach etwas menschlicher. Und ich sage, sie wollen mehr reden, mehr mit Menschen zu tun haben. Und das ist gut so. Und dann natürlich die ganzen Hormone, die ausgeschüttet werden, wenn die Frau auf das Kind aufpasst, was der Mann gar nicht hat. Er hat auch übrigens keine Milch, die er säugen könnte. Und diese Geschlechtsidentität hat zu auswirken, dass russlanddeutsche Männer im Schnitt männlicher sind und Frauen im Schnitt weiblicher. Und einfach auf dem Markt dann auch ein bisschen attraktiver sind. Und ich finde, es ist eine Sache, die wir lernen können, dass wir uns einfach, ich bin ein Mann und ich stehe dazu. Ich bin eine Frau und ich stehe dazu. Es gibt noch viele andere Eigenschaften. Es gibt auch Eigenschaften, die sicherlich russlanddeutsche von uns lernen können. Denn auf jeden Fall möchte ich einfach dazu anhalten, dass sie mit viel Respekt, manchmal fühlen sich Deutsche ein bisschen überlegen, wenn sie irgendwie einen Akzent hören bei einem Russlandsdeutschen oder jemanden. Aber da gibt es keinen Grund dafür. Wir können sehr viel lernen und wir können sehr froh sein, diese Leute unter uns zu haben. Und ja, das war mein Wort zum Dienstag. Ich hoffe, da habe ich ein bisschen was gebracht. Ihr könnt mich gerne kritisieren, wenn ihr was anders seht in den Kommentaren oder noch lieber wäre mir oder wenn ihr wollt, einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn es euch ein bisschen was gebracht hat, heute dieses Video. Und den Kanal könnt ihr sowieso gerne abonnieren, wie immer kostenlos, kostet keinen Cent, einfach auf den roten Knopf drücken. Und ansonsten wünsche ich euch einen tollen Dienstag, ganz viel Freude, ganz viel Frieden im Herzen, ganz viel Gesundheit, psychisch und körperlich ganz viel Segen, ganz viel Glück und bis zum nächsten Mal.